Und weiter geht es mit einer neuen Folge Hellblade Senua's Sacrifice. Die dritte Prüfung steht an. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich hoffe nicht wieder sowas wie gestern. Denn das macht mein Herz nicht mehr mit. Ach, Stress. Ich möchte euch eine Geschichte über einen Gott des Nordmanns, der nennt Baldr. Der zweite Sohn von Odin. Er war beautiful, good, and wise. Er war fair of feature. Er spoke fair words. Er gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Ich habe übrigens immer noch nicht das Spiel neu gestartet. Ich hätte es mal tun sollen, denn es leckt immer noch in den Cutscenes, wie ihr gesehen habt. Ein, zwei Folgen ziehen wir heute noch durch und dann beim nächsten Mal ist hoffentlich alles wieder ein bisschen besser. Ich glaube durch Lex oder so geht ja der Sinn vom Spiel nicht verloren. Ein, zwei Folgen zu machen. Und jetzt wird das... Da drüben die Brücke... Ich bin nur von der anderen Seite. Die Tür küll ich, glaube ich, doch, die küll ich von der Seite auf. Nee, doch nicht. Nacht nach Nacht, Baldr dreams of his own death. And the gods fear for his life. So Baldr's mother makes everything in the world. Fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldr's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Is not amused. Dillian is in there. Don't forget. You can loosen your ruler's order. You need the runes to fight. 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 Uh, how do we get the runes to fight? He's waiting for you. He's is closed. He's close. He is close. He loves you. He is calling you. Dillian. Dillian, we're here. Dillian. We're nearly here. Dillian. Dillian. Da Lizzo. Das könnte hier am Baum sein. Oder? Irgendwie. Ich geh mal runter und guck durch die andere Maske. Die ist ja nicht umsonst da. Hoho, schau! Haben wir hier oben wie an? Wie sehe ich von hier die Ruhe? Also wir können dann wieder zurück wechseln. Hier ist noch eine Maske. Wir sind gerade in der falschen Welt. Was auch immer das... Also hier irgendwo ist das... ist die Grüne. Gucken wir uns das hier aber erst an. Die Gäste. Die Gäste. Also hier irgendwo ist die Grüne. Die Gäste. Die Gäste. Die Gäste. Aber Loki. Sie sich in eine Frau. Und fragt. Baldur. Ist es wirklich wahr. All das alles. Er hat ihn nicht gesagt. Ich habe ihn nicht gefragt. Baldur. Ich hatte überlegt, ob das rechte Fenster da ohne sein könnte. Aber das ist falsch rum. Das Fenster. Wir müssen wieder die Welt wechseln. Aber wir können jetzt hier unten die Tür aufmachen. Von außen. Wir gehen in die andere Welt zurück. Kann ich das von hier machen? Nee, die Maske hier ist weg. Doch, doch. Jetzt kann ich aber von hier vorne aufmachen, rein theoretisch. Okay, wir müssen die Treppe wiederherstellen. Loki asks him why he wasn't taking pollen. Huv says, I cannot see where Baldur stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, Here is a wand. I will tell you where he stands. And Huv throws the mistletoe at Baldur. It pierces through him, and to everyone's horror, Baldur is killed. And for this, I have to say, it's just a bit of a bit of fun. What's just about it, that I'm not completely lost. I wonder if she knew this. She thought she had lights within her. She is pure darkness. The Northmen tell how the gods mourned Baldur. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea, and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf, and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force, that the ground shakes, and the rollers burst into flames. When Baldur's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead. But even so, the gods cannot accept his death. Was it worth it? Was it worth it? Okay. Ich gehe nochmal kurz runter. Konnte ich unten die Ruhe schon scannen? Die können wir fokussieren. Ja. Okay. Dann holen wir uns die erstmal ab. Das S? Habe ich das nicht hier unten erst versehen? Oder war das vor der Brückenrekonstruktion? Ah, ich sehe das M. Das ist hier die Seile. Ich wollte nämlich gerade erstmal nur ein bisschen gucken. Ob es mir irgendwie schon quasi anzeigt, dass die Ruhe in der Nähe ist. Wir müssen aber jetzt durch die Masken schauen. Ich würde erstmal durch die Maske unten schauen. Was sich dann hier ändert. Oh ja so. Ich würde jetzt hier teilen, aber wo? Äh. Ne, wir müssen hier runter irgendwo. Hier sehen wir einen Pfeil. Pfeil. Jetzt gehe ich nochmal kurz umgucken. Hier sehen wir irgendwie das S. Ich frage mich, wie ich... Oh, da ist ja... Da ist ja... Hä, haben wir die Ruhe uns dort schon angeguckt? Do you remember the way he stroked your hair? Do you remember the way he felt? I am, da ist er. Overcome with grief, the gods send Hermund to ride to Hell, and ask Hela to let Baldr return home. All the gods are weeping, he said. Are they? asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they found in a cave. Baldur was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Also, here is the sign wrong. Can I shut the door again? I have to somehow... Oh, I have to somehow get down the bridge. Was ist das so cool? Weil er glaubt in dich ist. Sollte es so gut wie du kannst? Du bist so gut. Ich bin jetzt unten durch das Tor. Denkst den Annenfrau, um ihn zu schrauben, um ihn zu schrauben, um ihn zu schrauben. Und dann, um ihn zu schrauben, um ihn zu schrauben, um ihn zu schrauben. Immer wenn der Fenno schrauben, um ihn zu schrauben, um ihn zu schrauben. Die Norden sagen, das ist die cause des Erkwäks. Ein Wundersatz, vielleicht, dass wenn wir die Gäste nicht mehr akzeptieren, dann so müssen wir. Oh, also diese Brücke erinnert mich an diese Riesengestalt, die uns schon mal auf so einer Brücke Richtung Helheim angegriffen hat. Ja, ich komme. Erinnert ihr euch noch an diese Riesen... Sie sind also schön. Sie sind sicher. Sie sind sicher. Nein! Nein! Sie können nicht durch Ihre Augen sehen. Keiner kann. Mein Vater war blind. Er hat nicht die schlimmste Idee, wie die Nacht aussieht. Die Worte schmerzen bedeutet wenig als die Worte. Also, wenn jemand Angst vor der Worte schmerzen, sollen wir sie durchführen? Das ist eine andere Sache. Aber Sie, die Worte, die schönste Welt zu verletzen, Sie und nur Sie können Sie sehen, um sich zu verletzen, um Ihre Erinnerungen zu verletzen. Oder ist das die Preis, die Sie bezahlen, für die Worte, die Sie haben? Ein Worte, das Sie so besonders in meinem Leben? Es ist nur eine andere Teil der Person, die ich weiß. Ich habe für die Wilde geholfen, um dich aus meiner Schmerz zu retten. Weil ich dich liebe. Aber es hat es verletzt. Ich bin so sorry. Die Zeit ist krumm für diese Folge. Wir haben noch eine Prüfung offen und die machen wir morgen. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch jetzt mal noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis morgen. Mehr kann ich gerade nicht sagen. Wir sehen uns. Danke. Macht's gut.